Jeremümex, hochschwangere Chloé mit Riesen-Baby-Bauch Es war die Baby-Überraschung schlechthin, Jeremümex, 34, und Chloé Grain, 27, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Dabei wurden Dex Knacki und die Topshop-Erbin erst im Sommer vergangenen Jahres zum ersten Mal zusammengesichtet. Aus der heimlichen Affäre wurde aber schnell die ganz große Liebe. Servierte für seine Liebste sogar seine damalige Frau ab. Im März wurde dann bekannt, dass Chloé schwanger ist. Jetzt wurde die hochschwangere Bald-Mama im Bikini geknipst. Seitdem die Öffentlichkeit Wind davon bekommen hatte, dass Chloé in anderen Umständen ist, bekamen die Fans die Milliardärstochter nur noch selten zu Gesicht. Nun wurde die hübsche 27-Jährige von Paparazzi im gemeinsamen Yachturlaub mit dem Muckshut-Hotti abgelichtet, die dort entstandenen Fotos könnt ihr hier sehen. In einem dunkelgrünen Bandau-Zweiteiler zeigte die Mutter in Spee dabei ihre große Barbie-Kugel. Der erste Spross des Paares soll schon im Juni auf die Welt kommen und das auf dem Boot. Chloé hat ihren Freunden erzählt, dass sie auf der Yacht gebären will, plauderte ein Insider gegenüber Son-Online aus. Die werdenden Eltern, die angeblich einen Jungen erwarten, wollen offenbar, dass ihr Prinz in Europa geboren wird. Doch das ist nicht der einzige Liebeshammer bei und Chloé, die beiden sollen auch noch verlobt sein. Die Blondine halte diese Nebes aber bewusst von dem Medienrummel fern. Es wird aber noch geheim gehalten, weil es Chloé wie vielen Bräuten ein wenig peinlich ist, dass die Leute denken könnten, sie heirate ihn nur, weil sie schwanger ist, erklärte ein Bekannter im Interview mit der Y-Star. Die Bigelich Rom Die Bigelich Grow Die Bigelich Grow Die Bigelich הנ sah Die Bigelich WD-Frimm Bis zum nächsten Mal.